jo 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 was geht meine freunde herzlich willkommen hier zu einer neuen folge auf gengis44 tv ich bin gerade ein tag bevor es nach neapel losgeht ja ich nehme das hier gerade am donnerstag abend auch beziehungsweise jetzt freitag gerade 0 16 und wird jetzt freitag losfahren nach neapel und dort ein video zu drehen darum soll es aber in dieser folge nicht gehen sondern ich wollte mein thema ansprechend was ein bisschen mit dem thema abk und stay und so weiter zu tun hat bedrohungen und 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 ich werde ja öfter gefragt von euch gerade aufgrund dessen dass ich recht polarisierende und kontroverse themen anspreche und natürlich auch themen ich sag mal ja schon ein bisschen heikler sind wo andere sich vielleicht nicht unbedingt trauen darüber zu reden und ja da wird da wird mir natürlich berechtigterweise immer öfter die frage gestellt wie sieht das eigentlich aus wirst du bedroht wenn ja wie kommst du damit zurecht und 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 es ist fakt dass ich bedroht werde ja ich glaube also ich mache jetzt glaube ich youtube was mich nicht lügen seit vier monaten drei vier monate ungefähr so in den drei vier monaten ist natürlich auch ein bisschen was passiert jetzt keine super krassen geschichten oder so aber ich musste in diesen drei vier monaten mich mit dem ein oder anderen motorrad club auseinandersetzen habe drohungen aus verschiedenen ecken bekommen ganz normalen leuten bis hin zu großfamilien und so weiter die dann auch besucher angekündigt haben ja keine ahnung man wird mich abstechen wenn man mich sehen würde soll doch meine adresse geben und dann würden die leute vorbeikommen und 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 solche so so ein kram halt bei der motorrad clubs ist es jetzt so da gibt es fast in jedem club so wie ich das bis jetzt festgestellt habe also ich rede jetzt von den größeren ein prozenter clubs vom feedback her läuft es so ab dass einigen leuten gefällt was ich mache und einigen leuten missfällt was ich tue ja da ist kein club ausgeschlossen ja ich habe freunde in clubs die finden das gut was ich mache ich habe ich kenne da leute die kritisieren was ich mache und ja es gab da sicherlich auch schon gespräche untereinander und ich wurde auch schon zu gesprächen eingeladen ich habe mich beispielsweise schon jetzt zweimal mit einem club getroffen mit leuten von einem club mit leuten die auch was zu melden haben und hatte da eine gespräche diskussionen und so weiter wo natürlich man einerseits gut findet was ich mache auf der anderen seite natürlich aber auch so ein bisschen ja die bedenken geäußert hat von wegen strafverfolgung es ist ja so dass gerade wenn ich irgendwelche sachen erzähle irgendwelche alten geschichten oder so kann es ja sein dass da vielleicht irgendjemand das video benutzt oder polizei staatsanwaltschaft oder sonst wie was da bruchstücke benutzt die denen irgendwie in dem puzzle fehlen um da ihre ermittlungen voranzutreiben und da ist glaube ich so ein bisschen die sorge auch dass da dann dass sowas passiert eigentlich geht es nur darum und natürlich man möchte nicht das lügen verbreitet werden oder halt ja absichtlich negative pr aber es wurde mir auch genauso gesagt dass man gerade das gut findet dass ich das nicht alles beschönige sondern schon relativ ja direkt sage was ich davon halte weil alles andere wäre halt auch nicht authentisch und viele von euch mögen vielleicht denken dass die klubs wollen würden dass ich über die die ganze zeit positiv rede und die in himmel logo und so weiter ist aber von deren seite aus gar nicht der fall also die die wollen das schon authentisch haben die mögen das auch so und meine private meinung davon ausgehend davon was ich jetzt mit den ein oder anderen club auch besprochen habe ist auch dass ja man das auch so ein bisschen für sich nutzen möchte ich denke der ein oder andere club hat erkannt dass meine videos geguckt werden von szene kennern natürlich auch von leuten die nicht in der szene sind aber so ziemlich jeder motorradclub guckt glaube ich meine videos einfach nur um zu wissen auch ob ich gerade scheiße laber oder nicht und damit das kann man natürlich auch das kann man natürlich auch für sich nutzen wie gesagt ich hatte da verschiedene gespräche es gibt in der in der gruppe dann so parteien die dann halt sagen ey pass auf wir wir finden das alles kacke und 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 es gab da wohl intern wie gesagt diskussionen darüber aber alles in allem ist was motorradclubs angeht ist das relativ friedlich verlaufen ich habe auch schon mit vielen leuten jetzt gespräche geführt mit ich habe mit rot weiß schon meine telefonate gehabt ich habe mit rot gold meine telefonate gehabt und da konnte alles auf friedlicher und respektvoller basis bis jetzt eigentlich immer alles geklärt werden ja also nur dass ihr da bescheid wisst anderes thema sind natürlich diese diese großfamilien geschichten ihr wisst ja ich hatte letztens äh ein beef mit einem bekannteren anderen youtuber und ähm äh da gab es natürlich einige äh arabisch libanesische äh leute die dann mir die hölle heiß machen wollten so weißt du die dann umgedroht haben mit äh heißt türke und keine ahnung was und wenn wir dich finden machen wir das und das und keine ahnung so eine sprüche halt ne ähm im gegenzug kam natürlich aber auch viel zuspruch äh von der türkischen community ja ähm von der türkischen community von der kurdischen community also vielen dank an dieser stelle äh für den äh für den zusammenhalt finde ich nice ähm dass man dass man mir da auch dann den rücken stärken möchte ja wenn dann halt ähm ja ich sag mal falls mal so ein beef eskalieren sollte oder so ne also vielen dank an dieser stelle für jeden der sich da äh für mich äh eingesetzt hat in dieser sache ja und ich glaube im moment ist wirklich der hate ähm kommt vor allen dingen halt aus der ecke ne ähm wegen diesem wegen diesem youtube beef den ich hatte und natürlich auch viel hate kam wegen meiner reaction äh zu san diego ne ähm ähm immer geliehene eier und so weiter da aus der ecke dann natürlich auch äh man kann sich ja dann denken von wem genau diese drohungen kommen und äh ich hab's ja schon in dem in dem stay abk video gesagt es ist einfach albern so wir reden hier über youtube videos ja youtube videos die kann jeder hans und franz machen ich könnte genauso gut alles anonym machen an youtube videos wenn ich mir den stress sparen wollen würde ja ähm dann könnte ich mir auch wie andere leute ne maske übers gesicht ziehen meinen namen nicht veröffentlichen und einfach anonym irgendwelche äh videos machen und dann halt richtig auf die kacke hauen hab ich aber gar keinen bock drauf ne hab ich keinen bock drauf hab ich keinen nerv drauf äh finde ich absolut albern und äh ich lass mich von sowas halt auch nicht unterdrücken ne also da braucht ihr euch keine sorgen machen der ein oder andere hatte nämlich geschrieben hier von wegen äh ja lass dich da nicht unterdrücken und äh ich hoffe du bleibst so gerade und ich hoffe du machst weiter und 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 guck mal Leute wer mich kennt der weiß ganz genau wenn mich so Leute triggern mir sagen ich soll sowas nicht machen dann mach ich das erst recht so weil ich lass mir mein Vater konnte mir damals schon nichts verbieten weißt du wir sind irgendwelche Leute im Internet die mir jetzt meinen Mund verbieten wollen das wird nicht funktionieren so das wird einfach nicht funktionieren und deswegen macht euch da keine Sorgen ich werde auf jeden Fall äh weiterhin alles berichten und äh ihr wisst jetzt Bescheid ich werde bedroht ich werde äh mit allen möglichen Sachen bedroht ja ähm ich werde beleidigt man droht mir mit Schichten äh mit Stichen man droht mir mit Schüssen und 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 äh ich bin niemand der zur Bullerei rennt ne so ich renne einfach nicht zu den Bullen wenn bei sowas der erste der meint wirklich vor meine Tür zu kommen der wird sein blaues Wunder erleben ähm weil dann sehe ich rot und äh solange das nicht passiert sollen sie alle meckern sollen sie alle rumdrohen und 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 nur eine Sache ist ganz klar eine Sache ist ganz klar wird meine Familie reingezogen ähm dann ist halt Feierabend ne also wenn meine Familie reingezogen wird dann ist mir jedes Mittel recht so dann äh äh werde ich werde ich nicht nur dann werde ich nicht nur Leute äh selber äh ficken dann werde ich einfach auch dafür sorgen dass Leute in den Knast kommen dann dann mache ich alles so ab da ist dann Krieg und im Krieg gibt es keine Regeln mehr da werde ich jegliches Mittel nutzen und alle Screenshots nutzen und 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 um euch einfach wegzumachen so dann ist mir egal ob ihr zehn Jahre in Bau geht oder ob ihr in irgendeinem Graben irgendwo äh in einem in einem Wald oder so verschachert werdet ne also das äh wenn es an die Familie geht äh werde ich werde ich auf jeden Fall jedes Mittel nutzen so das sollte jedem von euch bewusst sein ähm die da meinen mir irgendwie doof kommen zu müssen beziehungsweise meiner Familie das ist ein Punkt ihr könnt mich beleidigen ihr könnt machen was ihr wollt ihr könnt gerne versuchen hier aufzulauern und so weiter alles kein Problem aber sobald es an die Familie geht es äh wird gibt es keine Regeln mehr ne ja ähm ich denke damit ist äh alles auch zu dem Thema gesagt die Fragen diesbezüglich wurden wohl beantwortet ähm es ist halt leider so wie gesagt äh hätte ich auch lieber wenn es nicht so wäre aber äh wir knicken ich knick dadurch nicht ein ähm so ist es halt ne in diesem Sinne ich wünsche euch alles Gute wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt das Video geguckt habt lasst doch mal ein Abo da aktiviert mal die Glocke liken kommentieren könnt ihr mal sagen was ihr davon haltet generell so von Bedrohungen im Internet und 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 ähm ob ihr meint dass sowas gerechtfertigt ist wegen YouTube Videos ähm ähm und äh ja in diesem Sinne ich wünsche euch was haut rein wir sehen uns mit Schönen auf Handsome ja Untertitelung des ZDF, 2020